Wer nachts mehrmals zur Toilette gehen muss, hinterfragt häufig nicht, woran das liegt. Die Ursachen für nächtlichen Harndrang abzuklären, lohnt sich aber. Nicht nur, weil es den Schlaf deutlich effektiver macht, sondern ein zu oft auch auf gesundheitliche Probleme hinweisen kann. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's! Wie immer ist es so, dass ein zu oft verschiedene Ursachen haben kann. Hormonelle Veränderung, eine Blasenentzündung, was bei Männern deutlich seltener ist als bei Frauen, aber eben möglich. Dann bei Herz-Kreislauf-Krankheiten ist das oft der Fall. Bei Diabetes Typ 2 auch. Und natürlich bei einer Prostata-Vergrößerung. Genau um die geht es heute. Es ist eigentlich die Prostata. Sie ähnelt in der Gestalt und Größe einer Kastanie und befindet sich direkt unterhalb der Harnblase, umschließt die Harnröhre. Die Prostata besteht aus Bindegewebe, aus Muskulatur und vielen einzelnen Drüsen, die durch Hormone dazu angeregt werden, ein Sekret zu produzieren, das beim Samenerguss zusammen mit den Spermien abgegeben wird und für deren Beweglichkeit sorgt. Um das 40. Lebensjahr herum setzt bei den meisten Männern erneut ein Wachstum der bis dahin rund 20 Gramm schweren Prostata ein. Dieses Wachstum ist in der Regel gutartig und wird medizinisch als benigne, als gutartige Prostata-Hyperplasie bezeichnet. Diese fortschreitende Prostata-Vergrößerung ist dann zwar gutartig, aber nicht immer ohne Probleme. Die genaue Ursache für die Vergrößerung der Prostata ist nicht geklärt. Man weiß heute aber, dass nicht nur eine Ursache verantwortlich ist, sondern mehrere gleichzeitig. So ist eine der Hauptursachen die Veränderung des Hormonaushaltes, insbesondere von Testosteron und auch bei Männern des Östrogens. Die Prostata vergrößert sich sehr langsam. Deshalb kommen die Anzeichen einer gutartigen Vergrößerung schleichend und sind auch nicht mit Schmerzen verbunden. Der Betroffene merkt also zunächst gar nichts. Aber auch wenn die Symptome unübersehbar geworden sind, arrangieren sich viele Männer mit ihnen. Oft kann das aber dazu führen, dass die Harnblase geschädigt wird oder eine Operation erforderlich wird, da die übergroße Prostata den Harnabfluss irgendwann völlig unterbindet. Daher ist die regelmäßige Vorsorge einmal jährlich ab dem 45. Lebensjahr ziemlich wichtig. Sie ist schmerzlos und unkompliziert. Die Kosten hierfür werden einmal jährlich von der Krankenkasse übernommen. Natürlich können wir Männer selbst sehr viel tun, damit das Risiko und vor allem der Kipppunkt zur bösartigen Vergrößerung drastisch reduziert wird. Besonders interessant sind hier Omega-3-Fette aus Fisch oder einer kompetenten Nahrungsergänzung. Achtung, da gibt es auch viele schlechte Produkte am Markt. Auf der anderen Seite der Fette solltest du so gut es geht Transfette vermeiden. Lass die Margarine weg und fertig fraß. Ja, das hast du alle schon mal gehört, ich weiß. Eine möglichst gute Vitalstoffversorgung ist auch sehr wichtig. Das hilft zum Beispiel auch dem hormonellen Gleichgewicht. Nur ein Beispiel. Zink ist ganz wichtig für die Produktion von Testosteron. Genau dem Hormon, das ab grob dem 45. immer mehr in den Keller geht. Ob du jetzt viel zinkreiches rotes Fleisch, das auch einige Probleme mit sich bringen kann, oder einer Nahrungsergänzung greifst, rate mal, was ich bevorzuge. Spannend können auch phytoöstrogenhaltige Lebensmittel wie Hülsenfrüchte oder Soja sein. Kurze Erklärung dazu. Mit dem Älterwerden steigt die sogenannte Aromatase. Dabei wird ein Teil des noch vorhandenen Testosterons in das Hormon Östrogen umgewandelt. Dieses Hormon dockt auch an Prostatazellen an, was dann deren Wachstum fördern kann. Phytoöstrogene passen auch in genau diese Zellrezeptoren rein. Wie ein passender Schlüssel in ein Schloss. Die Wirkung ist aber drastisch geringer als beim Originalöstrogen. Und genau das reduziert dann das in dem Fall eher ungünstige Zellwachstum. Als Mann ab Mitte 40 oder auch schon früher ein- bis zweimal wöchentlich ein Sojaprodukt oder eben Hülsenfrüchte zu essen, ist männlich. Die Prostata freut sich auf alle Fälle darüber. Haferflocken, Weizenkleie oder Leinsamen sind da übrigens ähnlich in ihrer Wirkung. Sehr wichtig ist Sport. Und damit meine ich jetzt keinen Midlife-Crisis-Marathon, sondern eher kurze intensive Krafttrainingseinheiten. Weil genau das am besten in Kombination mit Zink den Testosteron-Level anheben kann. Das macht sich dann nicht nur an der gesunden Prostata bemerkbar, sondern auch am Stift, der da vorne hängt. Oder eben dann weniger hängt, sondern mehr, ach du weißt schon. Okay komm, bleiben wir zum Abschluss beim Thema Sex. Sex ist das Beste, was du tun kannst. Wer oft kommt, sorgt für eine gesündere Prostata. Dazu gibt es eine anerkannte Studie, die ich dir in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung verlinken werde. Es gibt auch bestimmte Vitalstoffkombinationen, die der Prostata richtig gut tun. Mein Team und ich haben da lange recherchiert und ein Produkt entwickelt, was hier gleich mehrere davon in einer Kapsel vereint. Für eine gesunde Prostata. Dadurch mehr Spaß am Sex und einen regenerativeren Schlaf, weil du weniger aufstehen wirst. Wenn das für dich in Frage kommt, schau mal in die Videobeschreibung hier unter diesem Video. Da habe ich es für dich verlinkt. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.